Herzlich willkommen in der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Dieses Video soll Sie auf das Aufklärungsgespräch mit einem unserer Anästhesisten vorbereiten. Damit Sie den geplanten Eingriff überhaupt nicht spüren und damit Sie sicher aufgehoben sind, können wir bei Ihnen eine Vollnarkose, also eine sogenannte Allgemeinanästhesie oder auch eine sogenannte Teilnarkose, eine Regionalanästhesie durchführen und selbstverständlich können bei Bedarf diese Verfahren auch kombiniert werden. Vor dem bei Ihnen geplanten Eingriff besprechen wir zunächst einmal sehr genau mit Ihnen, welche Narkoseart für Sie am besten geeignet ist. Im nachfolgenden Video erfahren Sie mehr zu den unterschiedlichen Narkosearten, deren Wirkungsweise sowie dem Ablauf. Wie verläuft die Einleitung für die Allgemeinanästhesie? Vor der Anästhesie wird eine Verweilkanüle in Ihrer Hand- oder Armvene platziert. Hierüber kann der Anästhesist ein schnell wirkendes Narkosemittel direkt in den Blutkreislauf spritzen. Zur Fortführung einer intravenösen Narkose verabreicht der Arzt je nach Bedarf kontinuierlich über eine Spritzenpumpe Narkose- und Schmerzmittel. Alternativ zur Narkoseaufrechterhaltung über die Venenverweilkanüle können volatile, also gasförmige Anästhetika mit der Atemluft verabreicht werden. Dieses Verfahren bezeichnet man als Inhalationsnarkose. Nach der Narkoseeinleitung wird zur Sicherung der Atemwege oft ein flexibler Beatmungsschlauch, ein sogenannter Tubus aus Kunststoff, durch den Mund oder seltener durch die Nase in die Luftröhre eingeführt. Durch Befüllung des Ballons mit Luft kann die Luftröhre abgedichtet werden. Das Risiko für das Einfließen von Speichel- oder Mageninhalt in die Lunge, eine sogenannte Aspiration, kann hierdurch verringert werden. Alternativ kann bei einigen Eingriffen eine sogenannte Kehlkopfmaske, auch Larynxmaske genannt, verwendet werden. Hierbei handelt es sich um einen Beatmungsschlauch mit einem aufblasbaren Wulst an der Spitze, welcher im Mundraum vor der Kehlkopföffnung platziert wird. Was geschieht nach der OP? Wie wachen sie nach einer Allgemeinanästhesie wieder auf? Auch nach dem geplanten Eingriff ist immer ein Anästhesist für Sie da. Sie werden bei uns im Aufwachraum oder nach größeren Operationen auch bei uns auf einer der Intensivstationen betreut, solange bis alles völlig in Ordnung ist und bis Sie sich wieder richtig normal und wohlfühlen. Im nachfolgenden Kapitel erfahren Sie nun, welche regionalen Anästhesieverfahren es gibt und wie Sie darauf vorbereitet werden. Beispiel Armplexusanästhesie. Bei Schulter-, Arm- und Handoperationen kann der sogenannte Armplexus betäubt werden. Der Armplexus ist ein Nervenfasergeflecht im Hals und der Achselhöhle, aus dem die Nerven für den Arm hervorgehen. Der Anästhesist kann an unterschiedlichen Punkten eine Betäubung des Armplexus ausführen, zum Beispiel seitlich am Hals, zwischen zwei Muskeln, oberhalb oder unterhalb des Schlüsselbeins oder direkt in der Achselhöhle. Der optimale Betäubungspunkt kann mit Ultraschall oder einem Nervenstimulator gefunden werden. So kann ein örtlich wirkendes Betäubungsmittel in der Nähe der schmerzleitenden Nervenfasern verabreicht werden. Zu Beginn ist ein Kribbeln und ein Wärmegefühl spürbar. In der Folge werden die betäubten Körperbereiche schwer, gefühllos und sind wenig beweglich. Spinalanästhesie und Periduralanästhesie. Die Spinalanästhesie und auch die Periduralanästhesie betäuben die schmerzleitenden Nervenfasern des Rückenmarkes. Beide eignen sich besonders für Eingriffe an der unteren Körperhälfte, wie den Beinen, im Bereich des Beckens oder am Bauch. Bei der Spinalanästhesie appliziert der behandelnde Arzt örtlich wirkende Betäubungsmittel in den mit Rückenmarksflüssigkeit gefüllten Spinalraum. Nach kurzer Zeit setzt die Betäubungswirkung ebenfalls mit einem Wärmegefühl und Kribbeln ein. Bei der Periduralanästhesie wird das Betäubungsmittel in den sogenannten Peridural- bzw. Epiduralraum eingebracht. Bei diesen Verfahren wird ein sehr dünner Kunststoffschlauch, der Periduralkatheter, platziert, über den kontinuierlich während und nach der Operation ein örtlich wirkendes Betäubungsmittel verabreicht werden kann. Dies kann zum Beispiel auf Höhe der Lendenwirbel erfolgen und wird als lumbale PDA bezeichnet. Erfolgt die Betäubung bei Eingriffen im Brustkorb oder dem Oberbauch auf Höhe der Brustwirbel, so spricht man von einer Thorakalen-PDA. Nun haben Sie gesehen, wie wir Sie auf den Eingriff vorbereiten und uns ist jetzt abschließend noch wichtig, dass Sie den Patientenaufklärungsbogen genau lesen und auch gut ausfüllen, damit Sie optimal auf das Gespräch mit einem unserer Anästhesisten vorbereitet sind. Jede Betäubung ist ein Eingriff. Risiken und Komplikationen können nicht generell ausgeschlossen werden. Weitere Informationen zur Vorbereitung auf die Anästhesie und wie Sie selber zu Ihrer Sicherheit beitragen können, erfahren Sie auch durch unseren Prospekt Willkommen in der Anästhesie-Sprechstunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.